Ja moin zusammen, super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid und erstmal muss ich mich einfach bei euch bedanken zum gestrigen Video, wie viele Kommentare mich da erreicht haben, alleine unter dem YouTube-Video, glaube ich über 300, 400 Kommentare, das ist einfach der Wahnsinn. Ich habe tatsächlich auch alle Kommentare gelesen, die Zustimmung war überwältigend für mich, ich habe so viele Nachrichten bekommen, das freut mich natürlich sehr, weil mir das wirklich auch ans Herz geht. Ich saß hier, am Anfang der Saison ging das Projekt Buschis Borussia los und es hat mir so viel Freude gemacht, Videos über meine Borussia zu machen, weil da steckt so viel Herzblut drin, so viel Liebe und jetzt setze ich mich hier ab und zu mal hin und ja, ich bin einfach nur frustriert und es fällt mir extrem schwer und ich finde das schade. Und was auch schade ist, sei es einfach, dass die Saison für Borussia-München-Gladbach-Fans am 26. Spieltag schon komplett gelaufen ist, wir haben so eine leere Truppe da auf dem Feld stehen, dass es mir einfach wehtut, mir einfach wehtut, das anzusehen und heute gehen wir mal in die Analyse, das wird bestimmt spannend, ich glaube, da kann man auch anderer Meinung sein als ich definitiv, ich freue mich trotzdem wieder auf eure Kommentare, lasst mir mal gerne ein Abo und einen Daumen da, damit unterstützt ihr mich am meisten. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein. Fangen wir einfach mit den Zielen an, mit den Zielen, die vor der Saison gegeben wurden, ich habe das schon oft gesagt, die waren schon sehr, sehr niedrig gesetzt und gefühlt wurden sie immer niedriger. Fans, Mannschaft und Verein, Verein, ich glaube, die Fans waren noch nie so weit weg von einer Mannschaft wie jetzt. Ich kann mich da kaum mit identifizieren, ich war immer, wenn ich in der Kreisliga gespielt habe, war ich trotzdem, hatte ich immer Schaum vor dem Mund, bevor ich in jedes Spiel reingegangen bin, das hat die Mannschaft in keinem Spiel mehr. Das ist einfach Alibi-Fußball, habe ich es genannt und ich bleibe auch dabei. Das ist einfach eine lustlose Truppe, das hat nichts, hat überhaupt nicht geklappt, was auch überhaupt nicht geklappt hat. Wir gucken mal auf die Tabelle vom letzten Jahr, das ist sie. Da waren wir auch auf Platz 10, wo wir jetzt stehen, haben 61 Gegentore gefangen und 45 Punkte. Die 61 Gegentore, das ist die Tabelle jetzt von diesem Jahr, werden wir wahrscheinlich auch noch bekommen, wir stehen jetzt bei 44, also haben wir die Defensive, die Defensive haben wir auf gar keinen Fall stabilisiert. Zudem wollten wir den Negativ-Trend brechen, letztes Jahr waren wir 1 Punkt vor Platz 8, also 1 Punkt Abstand, jetzt sind es schon 8 Punkte und der Trend ist not your friend aktuell, also glaube ich, dass wir das Ziel, diesen Negativ-Trend auch nicht brechen werden. Ziel auch verfehlt, also Fans, Mannschaft und Verein, Verein verfehlt. Defensive stabilisieren verfehlt. Du hast eine extrem lustlose Truppe auf dem Platz, sowas habe ich noch nie gesehen und du wolltest am Ende der Saison eine Runde spielen, wo du sagen kannst, die Mannschaft hat alles gegeben, Ziel verfehlt. Du hast zwar Vertragsverlängerungen mit Hofmann und Plea hinbekommen, aber so wie die aktuell spielen, haben die gar keinen Bock mehr und du hast das gleiche Problem wie jetzt auch mit Wolf, Neuhaus, Elwedi, Leiner, die 2,24 auslaufen und da ist noch gar kein Ziel in Sicht. Also finde ich auch, dass da einiges schiefgelaufen ist und faktisch muss man auch sagen, die Transferphase wurde auch fast in den Sand gesetzt, im Winter wurde nichts gemacht und im Sommer hast du in Gumu Fraulo geholt, wo man einfach sagen muss, bis jetzt, die beiden haben 10 Millionen Ablöse gekostet und haben nichts eingebracht, 0 Tore, 0 Vorlagen, Weigl unglücklich hat sich verletzt, eine Kaufoption, die du in der Höhe nicht ziehen kannst und Itakura, Bombenstart in die Saison gehabt und läuft jetzt seiner Form auch komplett hinterher. Da muss man sagen, dass das auch nicht optimal gelaufen ist und im Endeffekt ist das Fazit, man hat einfach alles verfehlt und in einem normalen Unternehmen würde man sich jetzt hinsetzen und sagen, okay, wir haben alle Zähle verfehlt, was machen wir jetzt? Du hast zwei Optionen, entweder du sagst jetzt Eberl ist alles schuld und es läuft einfach so weiter und was für mich auch, also ich habe den Jungs wirklich das Vertrauen geschenkt. Ich habe geglaubt, dass er das packt, aber im Nachgang muss man natürlich auch sagen, du ersetzt den Eberl durch den Roland Wirkus, der jahrelang in der Jugendarbeit gearbeitet hat und gehst davon aus, dass er es kann, obwohl Eberl schon komplett mit der Aufgabe am Ende einfach fertig war. Da fehlt einfach Unterstützung, glaube ich, auch für den Roland Wirkus. Ich glaube, er braucht einfach auch Unterstützung mittlerweile. Das habe ich am Anfang anders gesehen, aber es geht nicht mehr anders. Oder du hast die eine Option, du sagst, egal, wir lassen das so weiterlaufen, dann gehen wir sehenden Auges, glaube ich, in ganz, ganz schwierige Zeiten rein. Oder du sagst, okay, es ist wirklich alles schiefgelaufen und wir müssen was ändern. Und ja, und was halt gar nicht geht, ist aus meiner Sicht, man kann mich als Mann von der Currywurstbude da hinstellen. Ich liebe Currywurst, Currywurstpommes ist was ganz Feines, damit habe ich auch gar kein Problem. Nur ein Khedira, der eine komplett richtige Analyse zu unserem Spiel aufstellt, bei, ich weiß nicht, wie er es gesehen hat, bei Sky, und den so abzuwatschen, als wäre, hätte der keine Ahnung, das ist einfach kritikunfähig. Ich muss es einfach so sagen, das ist kritikunfähig und dann mangelt es mir auch an Verständnis. Also, ich mache das Beispiel an meinem Kanal. Es gibt die Leute, die beleidigen mich, ich bin gefestigt, da stehe ich einfach drüber. Das sind einfach sinnlose Beleidigungen, Kraftausdrücke, die bringen keinem was. Und es gibt Leute, die haben sachliche Kritik an meinem Content, an meiner Art, wie ich mich gebe, an das, dem und dies. Aber sachlich, auf einem sachlichen Niveau, natürlich bin ich erst abgenervt davon, weil hier steckt Herzblut drin, hier steckt Wille drin, ich will hier richtig was aufbauen. Und natürlich tut mir so eine Kritik dann weh, aber wenn ich dann fünf Minuten mal drüber nachgedacht habe, denke ich mir manchmal auch, okay, der hat ja einen Grund, warum er es geschrieben hat. Und er hat wahrscheinlich auch von dem und dem Punkt recht und im Endeffekt hilft mir das ja. Also, es gibt ja viele tolle Kanäle, die über Borussia Mönchengladbach berichten. Ich bin ja nicht der Einzige, wir machen das ja nicht, um die Leute zu provozieren, sondern wir machen das, weil uns der Verein am Herzen liegt. Und wir wollen ja gar keinem was Böses. Und das ist einfach so. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass so Kritik wie von einem Khedira, der definitiv keiner ist, der in der Currywurstbude steht, einfach so abgewatscht wird. Und ich glaube, du musst dir sportliche Kompetenz reinholen. Das ist einfach auch das Video von heute, das zeigt einfach die Saison. Es passt einfach nicht. Und du wirst im Sommer Aufgaben zu bewältigen haben mit auslaufenden Verträgen 2024, mit gefühlt einer Masse von Spielern, die gehen. Du brauchst eine Masse von Leuten, die kommen müssen. Und wie willst du das so bewältigen mit den Leuten, die da sind? Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Die sind jetzt schon seit einem Jahr da und es ist im Endeffekt alles noch schlimmer geworden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so klappt. Und ich glaube, auch wenn das Gerücht, Martin Stranze, Martin Stranze ist ein super Typ. Martin Stranze ist ein super Typ, aber der kommt ins Präsidium und er hat noch keine Berufserfahrung, er hat kein Netzwerk. Das wird nicht reichen. Der kann ja auch nicht einfach die Hand auflegen und sagen, jetzt macht mal alle. Und dann trifft Wirkus bessere Transferentscheidungen und dann wollen alle Spieler zu uns. So funktioniert das nicht. Ich glaube, ich werde auch gleich Vorschläge machen. Du brauchst einen Sportmanager, der Deutsch spricht, der ein Netzwerk hat und Martin Stranze noch als Ergänzung. Martin Stranze muss derjenige sein, der neben Farke auf der Bank sitzt, das Bindeglied zwischen Medien, Fans und Verein ist und sich nach außen den Verein repräsentiert. Das muss einfach ein Martin Stranze sein. Dafür muss der zu Borussia Mönchengladbach geholt werden. Aus meiner Sicht brauchst du dringend sportliche Kompetenz. Das kann man jetzt kritisch sehen, die Namen, die ich nenne. Aber du brauchst einen mit Netzwerk und ich glaube, wenn du Sven Mislintat irgendwie holen kannst, der ist beim VfB Stuttgart rausgeschmissen. Ich glaube aber, dass der Kader vom VfB Stuttgart besser ist, als er gemacht wird. Und er hat bei Dortmund, bei Arsenal gezeigt, dass er richtig was drauf hat. Aber er darf nicht in der ersten Linie stehen. Genauso wie aus meiner Sicht Roland Wirkus nicht. Sven Mislintat muss mit Steffen Corell den Kader planen oder irgendeiner, der den Netzwerk hat. Ich würde Mislintat das zutrauen, wenn du dem 50 Millionen in die Hand drückst und sagst, mach das mit Corell zusammen. Wir vertrauen dir da, dass die zusammen mit Fark einen super Kader hinstellen könnte, der Mann. Dem vertraue ich das wirklich an. Aber das muss dann auch gewollt werden. Du musst ihm die Kompetenzen geben, zusammen mit Corell da in Ruhe zu arbeiten und Stranze macht die Öffentlichkeitsarbeit. Das wäre aus meiner Sicht eine super Lösung. Das Problem an der Sache ist halt, Sven Mislintat steht wohl vor der Unterschrift bei Ajax Amsterdam. Also wäre der quasi weg vom Fenster. Und da musst du dir überlegen, du brauchst einen deutschen Sportmanager. Und da gibt es nicht viele aktuell auf dem Markt. Einer, dem ich definitiv noch zutrauen würde, wäre Bruno Hübner. Der hat ein Netzwerk, der hat bei Frankfurt gezeigt, dass er mit der Büffelherde da Connections hat. Und zusammen mit Bobic war das damals, dass er da Spieler zum Verein bringen kann. Der hat super Arbeit geleistet, war da zehn Jahre. Hat auch bei Duisburg lange gearbeitet, drei Jahre. Dem würde ich das noch zutrauen. Und der wäre auf dem Markt. Und natürlich zusammen mit Freddy Bobic, obwohl ich Freddy Bobic eigentlich nicht bei uns im Verein sehen will, weil ich mag den vom Typen her nicht, sind das eigentlich die einzigen im deutschen Markt, die mir jetzt eingefallen sind, die verfügbar sind, die du kriegen kannst und die eine gewisse Kompetenz noch besitzen und ein gewisses Netzwerk um Spieler zu holen. Also schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, aber meine Meinung ist ganz klar. Du brauchst sportliche Kompetenz mit Netzwerk, sonst kriegst du diesen riesen Umbruch nicht hin. Also ich wüsste beim besten Willen nicht wie, aber ich glaube, das ist im Verein aktuell noch nicht gewollt. Das sehe ich an der Kritikunfähigkeit, wie man mit dem Kedira umgeht. Das sehe ich an so Aussagen wie Currywurstbude zu Fans. Diese Currywurstbude kannst du bringen. Das kannst du bringen, wenn du auf Platz drei stehst und ich stelle mich hier hin. Ja, ich hätte aber anders aufgestellt. Dann kannst du sagen, ja, der Burschi sitzt an der Currywurstbude. Aber du kannst doch nicht, wenn das komplett kacke läuft, sagen, ja, die Leute von der Currywurstbude haben keine Ahnung. Das zeigt erstmal, dass ihr es besser könnt und ihr könnt es aktuell nicht besser. Das ist die größte. Ruhig bleiben. Das ist eine ganz unangenehme Saison. Und dann kannst du so einen Spruch bringen. Aber aktuell finde ich das wirklich sehr, sehr schwierig. und Wirkus müsste sich dann wieder um die Jugendarbeit kümmern. Ich meine, er hat da Kritik dran geäußert. Er hat es jahrelang gemacht und jetzt fällt ihm auf, dass es halt aktuell nicht läuft. Dann muss er wieder dahin und es besser machen. Das sind halt so Sachen, die funktionieren nicht. Und ja, jetzt kommen wir noch zu Gerüchten. Ja, Top-Torjäger Europas. Die Top-Torjäger Europas knipst sich Käupers nach Gladbach. Da muss man ehrlich sein. Aktuell muss sich gar keiner für uns nach Gladbach knipsen. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht. Also es ist ja schon April. Ich habe noch keinen ablösefreien Spieler gesehen, obwohl es keinen mehr gibt, weil du Handgeld zahlen musst. Aber es gibt ja nichts. Und du hast gefühlt da einen Kader, wo kompletter Umbruch herrscht. Und was ich höre, ist halt einfach, dass die Spieler auch gar keine Lust haben zu verlängern. Und aktuell gar kein Kontakt besteht zu Wirkus. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und ein Käupers muss sich nicht nach Gladbach knipsen. Der wird andere Optionen haben. Also Hugo Käupers, wer ihn nicht kennt, spielt bei K-Agent, spielt auch in der Conference League, glaube ich. Oder Europa League sogar. Und hat in 30 Spielen 18 Tore und 4 Vorlagen gemacht. Der muss sich nicht zu uns knipsen. Die Spieler kommen nicht freiwillig zu uns. Die sagen nicht, geil, Gladbach, Abfahrt. Ich bin sofort dabei. Die musst du überzeugen. Und ich glaube, dafür brauchst du jemanden mit Kompetenz. Das ist meine Meinung. Und genauso wie Medien berichten, dass wir Interesse an Saaten Zen Viputnik haben, der würde vielleicht zu uns kommen. Aber ich bin ganz ehrlich, der ist 21, hat jetzt seine erste gute Saison in Slowenien. 24 Spiele, 17 Tore. Aber ich kenne ihn nicht, kann zu dem Spieler nichts sagen. Aber das ist auch keiner, der den Trend bricht, glaube ich, um uns dann ganz nach oben wiederzuführen. Und es bringt auch nichts, über die Gerüchte jetzt zu quatschen. Da muss einiges passieren vorher. Es kommen keine Spieler freiwillig zu uns. Du musst die wirklich überzeugen. Und du brauchst, glaube ich, jemanden mit einem Netzwerk wie ein Sven Mislintat, wie ein Bruno Hübner. Und da bleibt es abzuwarten. Und auch Adi Hütter hat sich geäußert, dass es sehr, sehr unglücklich gelaufen ist, damals bei Gladbach. Ich glaube, er wird wieder nach, er wird jetzt in England in der Premier League gehandelt. Ich wünsche Hütter nur das Beste. Er hat in Gladbach nicht funktioniert. Er hat Versprechungen bekommen, die nicht gehalten wurden. Dann ist der Sportmanager noch gegangen. Es ist alles sehr, sehr unglücklich gelaufen. Aber das ist meine Meinung dazu. Also nochmal kurz zusammengefasst sage ich euch, ich glaube, es muss mehr sportliche Kompetenz in den Verein. Das haben wir jetzt ein Jahr ausprobiert. Es hat nicht geklappt. Da muss man einfach ehrlich sein. Und wenn ihr Bock habt, ich habe einen neuen Zweitkanal. Da geht es um generelle Fußballthemen. Da habe ich ein Video zu Commerz und Fußball gemacht. Elastico TV heißt der. Da kommt heute Abend ein Transferupdate über ablösefreie Spiele. Da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Auch da ein Abo und Daumen da lasst genauso wie hier. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Dienstagabend. Kurze Woche diese Woche. Und morgen gibt es, glaube ich, morgen wird es wahrscheinlich den Livestream geben. Und jetzt macht es gut. Ciao. Wir sind Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Das ist kein Scheck voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Wo ich schieße Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Alle Gleichkeiten über den besten Verein der Welt. Ja, ja, ja.